Allerdings fällt mir gerade ein, dass das Ding, wenn ich das Grass-Shield nicht mehr anhabe, habe ich die Stamina-Aura nicht mehr. Das heißt, es könnte sein, dass das mein Damage tatsächlich decrease, also mein GPS. Hm, ja, aber wir haben 80% Fliegerschaden davon kriegen, weil das... Zwei, ah, okay. Zwei Geister, die sind so gut. Drei! Nein, okay. Ba-bum, ba-bum, auch nicht. Gut, dass die Geister nicht mega abfacken, indem wir einfach in der Luft rumstehen. So, ich habe jetzt die Agro von dem Vieh endlich verloren. Also, wenn du da runter springst verlierst du ganz sicher die Agro. So, ich könnte mal gucken, Tudel. Was ist denn hier? Magic Armor. Obwohl, das hat auch ziemlich viel Magic Armor. 22 ist das, glaube ich. Magic Armor. Was hatte denn deine andere Arme, mit der du eben gekämpft hast? Hattet ihr irgendwas besonderes oder war das einfach nur ne schön schnelle? Ne leichte, die allerdings relativ weit abgegradet ist hier. Leidet zum Beispiel die Maske 1513. Und die jetzt hat 3622 nicht abgegradet, aber wiegt halt siebenmal so viel. Aua. Schön, dass wir gewohle Redetrafen. Ich glaube, ich kann diesmal meine Leiche nicht einsamen, muss ich sagen. Ich glaube, ich kann das nicht ausprobieren. Ich glaube, ich kann das nicht ausprobieren. Ich glaube, ich kann das nicht ausprobieren. Hallo? 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 und ich finde ich dass du mehr auswählst ja Der ist 1-handed, 2-handed ist aber auch nicht smooth. Nein, was wäre denn? 100? Nicht 365 und irgendwie... 409. Aber Magic war richtig. Der ist gut. Oh nein, er hat den Grabten noch. Ganz für dich. Oh, f**k. Wollte dich rollen, das verboten die Stamina. Ja, das sind ja aber überhaupt nichts. Ach nein! Ich hab's. Ja, du hättest schon gedacht. Man, das ist einfach nur noch auf 1-2-Hit down. War gut, dass du daneben geschlagen hast doch mal. Ja. 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 Ja, nice. Mit der übelsten... ...Mongo-Taktik einfach. Einfach die härteste Rüstung anziehen und... Keinem Schlag ausreichen. Ah... Out-geared würde ich sagen, out-geared. I did it! Aber wo war alle meine Estos verworfen muss ich sagen.